Was hast du gesagt? Nix. Hoffentlich fällst du da rein. Grab dich ruhig da rein. Warum ist es zu kalt? Ich hoffe du erfrierst. So. Du tust doch so oder so, also von daher. Wir gucken von dir. Oh, Eisen. Jetzt müsste ich ja eigentlich die Kacke mal wegmachen. Ihhh. Was machst du für Ferkelsegelkram, ey? Ich kann ein bisschen Anzahl, die jetzt gleich in Lava stehen. Blut, blut nämlich ganz verdächtig Bösier. Ich hab Kack um mein Haus gemacht, weil mir nicht was bauen konnte, weißt du? Ich hab genau Lust, dann wollte ich noch haben. Okay, ich wär jetzt unten, aber... Ich hab leider wieder keine, äh... Spitzhack ist jetzt leer. Ich hab jetzt auch kein geschmolzenes, äh... Eisen. Eisen dabei. Müsste jetzt schmelzen, hab ich jetzt gerade ehrlich gesagt, aber... Nicht so die Luftschuhe. Siehste? Ich hab das Dach jetzt neu gemacht. Sehr schön, Faye. Sehr großartig, Faye. Faye die Große. Kannst du mal gucken. Faye die großartig, ich bin in deiner Höhle. Unter meinem Haus. Unter meinem Baubüro. Unter meinem Baubüro. Unter deinem Baubüro. Was? Ah ne, du bist da hinten irgendwo, ne? Ah. Spawnpunkt. Ja, der Zombie sah so aus wie du deswegen, hab ich mich verstanden. Bitte was? Der Zombie sah so aus wie ich? Ja. Das ist aber komisch. Du-du-du-du-du-du-du-du. Du zog wie sah so aus wie ich. Ist ja... Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Ich trotz' von Nettigkeit. muss ja glaube ich nur auf die Map gucken oder wo ich bin das sehe ich trotzdem nicht immer ich stelle echt kacke hin ich glaube wir sehen uns eh nur wenn wir in der Nähe sind kann ich mal hier lassen gar nichts kann man ja immer jederzeit wieder abholen wobei ich könnte ja mal eben aus den ganzen Kohle Stacks könnte ich ja mal eben Kohleblöcke machen zack da habe ich nämlich wieder einen Stack gleich frei zwei Stacks sogar frei da könnte ich hier den Redstone und die zweimal goldene Äpfel mitnehmen es wird dunkel das ist natürlich wieder klar weil ich bin noch nicht daheim ich renne jetzt mal los ganz schnell oh guck mal einen Leuchtturm sehe ich von hier hinten also auf jeden Fall so eine Leuchtturmspitze du 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 aber ich geh mal eben rein ey was für ein Glück was für eine geile Map eigentlich ich kann noch nicht schlafen ne ist noch nicht dunkel genug aber was für eine geile Map zweimal hier so hintereinander habe ich jetzt ein äh 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 und dann schon gefunden schreibe ich da noch etwas nach Hause hu 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 lediglicher da warte ich lege mich auf der Brücke hin ja oh ich lieg auch die du 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 pennen auf der Brücke und heißt nicht mal Lück Keine Ahnung. Du-du-du-du-du-du-du-du. Wer viel rennt, hat viel Hunger. So, wunderbar. Wir haben sogar jetzt endlich mal die Piratenhöhle schön gekriegt. Geil! Was wir alles schaffen. Wenn wir nur wollen und uns dran halten. Also selten. Ja. So, lass mal gleich die Schätze hier kontrollieren. Boah. Fast 2x64er Stack Eisen. Das nenne ich effektive Arbeit. Olaf Hey? Ah ja. Ja, ja, ich gönne dir das halt nicht. Ich bin voll der... ...eigenommene Kerl. Was? Aber da kann ich... Wo hab ich denn die anderen goldenen Äpfel? Ich hatte ja doch schon irgendwo goldene Äpfel. Ob ich mir lehmet habe? Ja, ich bin nicht gönnig. Wo hab ich denn die anderen goldenen Äpfel? Da muss ich... Jetzt muss ich nochmal Holz verhängen. Ah, da. Boah, ich hab drei goldene Äpfel. Sehr schön. Der ist voll schön. Danke, danke. Ach, das ist schwarzer Farbstoff, den ich ja gefunden habe. Okay. Aber ich gönne dir ja nix. Nö, tust du auch nicht. Endlich siehst du das mal ein. Da, Schwarzbäufer. Aber natürlich wieder falsch. Mann. Wo kommt das Schwarzbäufer jetzt hin? So. Äh, Schleimball kann ich auch hier mit rein. Genau, Glostum wollte ich gehohlt haben. Ach ja, wir waren mal da einlings noch dran, ne? Hm. Ich erinnere mich. Andrasite soll ich mal jetzt weghauen hier? Oder? Hallo, geh doch mal runter. So, Stein... Nee, da war ja nicht. Ach, schon klar, die Axt. Ich bin ja ein Axtverschleiß, habe ich dir. Was hast du? Ein Axtverschleiß. Diorite? Die Diotitte. Diorite? Die mit den kleinen... Das war die Brigitte. Nein, die hat große Augen. Die Brigitte? Die große Augen, ey. Voll riesenglubschall. Hm. Wo guckst du ein Geschehen, du Sau? Wer ist Brigitte? Könnte ich ne Brigitte? Ach so, popp. Nee, das ist lustig gewesen. Ja! Mit dir hast du letztens noch gequatscht. Mhm. Eigentlich kenn ich keine Brigitte. So, jetzt können wir noch ein bisschen hier... ...Steini Steinmann machen. Mhm. Die, 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 die... Ach, jetzt hab ich hier ganzen... Guck mal, was soll ich auch mit dem Zeug hier? Kann ich gleich mal wegdrobben. Äh. Kann ich nicht wegdrobben. Oh, guck mal hier so ins Wasser. Hier Fische füttern mit. Oh, da kriegst du alles so. Mit dreckigem, ekligem Fleisch. Kann ich auch einen ganzen Kronenblock rein tun? Ich glaub, der brennt was länger, der Kohlenblock, ne? Keine Ahnung. Ich glaub, die Kohle brennt etwas länger. Ich glaub, die, 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 die... Die, 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 die... Das müssen wir nachher wieder schön machen hier. Oh. Ach nee, warte mal. Ich glaub, ich hatte das extra Höhe, also macht die schon. was mir kommt dann mach dir warme gedanken ich jetzt kein guck zu müssen irgendwie sieht mein haus geil kannst du ja mal gucken komm ne will ich nicht ich hab keinen guck drauf ich hoffe ich hab jetzt noch schwarz nein jetzt hab ich noch zwei stemme also ein fuck jetzt muss ich noch mal ganz schnell eine kreien und manche kreien hier hin so und dann hab ich hier noch mehr und dann kann ich noch mal auf eine zweite hoch jetzt steht ich kann bleiben ach ich zeige mir immer noch keinen immer noch keine wir machen nur zwei spitz na doch komm ich mach mir einen eisenspitzen was kostet der geiz oder was soll der geiz kostet der spaß der muss jetzt angehen ich habe doch euch sch ich So, du-dü-dü-dü-dü! Do-do-do-do-do-do. Stopp. ja ja ok da brennt auf jeden Fall länger auf jeden Fall viel länger wenn du so ganz ein Kohleblock so rein aus wir sind ja auch acht Stück Kohle eingerichtet doof muss ja so doof nicht hab ich mal keine Ahnung von nix aber ich laber einfach mal was nie ich hab am davon keine Menge die Schrift die Beleidigte Lüste da kann ja ich nicht angehen ja Ja. Fussi. Ich bin ein bisschen... ... oben da. Fussi. Das ist mein Fussi. Zack. D. D. Dada. Wär auch nochmal mega geil jetzt hier so... Habt, mach ich den da? Womöch'n... Ich mach die Erde weg und mach die wieder da hin, oder was? War jetzt so ein bisschen selten dämlich. War ein bisschen fe that. Hatte, du, like. Fado-like. Fado-like. Ey, was ist denn das hier für ein Wetter? Ey, sag mal! Was geht? Was soll denn das jetzt? Warum regnet's? W-w-w-was soll ich denn das jetzt? So, hab ich aber nicht gewettet hier. Sieht aber mega aus, wenn das auf dem Stein klatscht. Auf dem Stein klatscht oder auf, äh, hast du mal die wie, äh, äh, so, Straßenfläche gesehen? Ja, ja. Sieht auch mega gut aus. Ähm, sollen wir uns mal besser hinlegen? Äh, ja, warte. Ich glaub ich jetzt auch dunkel mittlerweile. Warum ist denn hier Erde drin? Ich liege! Warte, ich muss noch rein. Ich bin noch hinter meinem Haus. Also, ich bin hier gerade... ...bisschen nur, ähm, auf... Können Sie sich ein bisschen beeilen? Bevor jetzt hier noch 10, 20, 30 Viecher gespawnt sind. Das merkt man auch vorher, ey. Das merkt man doch! Ich war aber so schön am bauen. Da ist mir das shit egal. Ich bin auch am bauen. Warum regnet's noch? Na toll, da hat ein Creeper, äh, gespawnt. Sehr toll für ihn, danke. Ach. Der mich jetzt in die Luft sprengt, ne? Pussy. Spreng ich dich direkt mit in die Luft. Das ist echt ne Pussy mittlerweile. Der, ich will nicht in die Luft gehen. Der sieht sehr aggressiv aus. Der wärt da hier. Manchmal bist du echt ne Pussy. Ey Creeper! Ey Creeper! Komm mit Wasser, hier rein! Ey, Wasser! Räume Wasser! Räume Wasser! Räume Wasser! Sieht echt eklig aus, ne? Wer? Was? Creeper hier, ne? Was sind hier die ganze Zeit? So mutierte Spinnenwesen irgendwie. Ja, ich bin da umbeobachtet gerade. Oh nein. Jetzt hab ich keine Zunge. Haha! Wo soll er hin? Warte oben. Einsam zog der Creeper über die Insel. Wo soll er hin? Wo soll er hin? Wo soll er hin? Wo soll er hin? Oh, komm które! Du 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 tu du 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 how are you right? diyorsun, że to tam%, czy back or, czy togeld alemmi się z tym odstodem? dodu 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 tu to dodu ... ... ... ... ... ... ... und sie füßchen verbrennen hier so dann haben wir eigentlich auch diesen höhlendurchgang recht fett oder ne haben wir noch nicht hier ist noch ein bisschen zu verbessern weil da würde ich wieder gerne bruchstein nehmen was denn das hier ja achso hier geht es auch in der hülle geht es auch nicht Mensch was machst du denn da hör mal auf damit was denn was tue ich warum erzähl mal was beschäftigt dich denn was macht dich denn aktuell so ein bisschen sauer erzählst du bist du gar nicht wissen zu so unzufrieden mit deinem leben ja mit dir so und du bist anders gewohnt also kannst du dich auch nicht beschweren das war ein Bild ich schon mal in einem Standort durchkommt okay hier sollten wir jetzt die Kluft und ich muss man die Art nach ich muss der Kiel Nichts ist so möglich, Toyota. Okay, das müssen wir mal ein bisschen ändern jetzt hier. So. Du kannst ja dann jetzt mal gucken, ich bin so halbfällig. Ich bin nicht da. Verdammt noch mal, lass mich doch mal in Ruhe. Ach, fick die Hände. Ich bin nie in Ruhe lassen kann, die Frau. Ich bin am Arbeiten. Du bist ein Kotzbrocken-Sach. Weil sie. Prostümier-Mauern. Tö. Hier muss man im Düsseldorf weg. Das ist mein künzten Traum vielleicht. Nee, wir hier um. Am Marken und so. Bin ich auch und. Ja. Weil ich hab gerade meine kreative Phase. Oh Gott. So. Das ist nur eine Ausrede. Auch. Der ist nicht kreativ. Auch. Was muss sein? Was muss einer machen? Ich bin jetzt gerade unterm Leuchtturm heute hier auch so einen Durchgangstunnel gemacht. Und den bin ich jetzt gerade am. Na, das hätte ich mir sparen können. Nein. Weil das kann ich ja so offen lassen. Ja, auf jeden Fall. Den bin ich jetzt hier so gerade ein bisschen am aufmarken und so. Ja. Und am Ausbau und so. Oh cool. Richtigen Boden. Nein. Da geht aber auch noch ein Weg runter zu einer Höhle. Und ja. Und da bist du gerade am Kicken. Nee. Ich bin einfach zu dämlich gewesen und hab mir ganz zur Zeit wieder falsch zugemacht. Und repariere es wieder. Und jetzt hab ich mich gerade erschrocken vor Wurzeln, die runterhängen. Ja. Ich bin gerade voll zusammengezuckt. Das ist verdummert. Das war gruselig. Ja, ich hab mich erschreckt. Hm. Ich hab mir auch so ein bisschen in die Hose gemacht gerade. Das ist zu fehlend, was man sich nicht wissen. Vielen Dank für die Information. Bitte. Sehr gerne. So. Ich weiß schon, wenn du so viel Interessens hast, dass ich das hier will. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hab ich jetzt noch 4 freigelassen, oder? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. So, ich bin jetzt mal hier. Am Gucken. Schön, dass ich das überall macht, wo ich hier voll vergessen hab, hier, äh, die Erde auszutauschen. Nee, ich bin doch von dem Platz. Mir sieht's scheiße aus. Das, warum sieht cool aus. Äh, ich wollte den Kloßdurm haben. Kloßdurm, Kloßdurm, Kloßdurm. So. Was wollte ich holen? Weiß ich nicht. War ich vergessen. Ups. Ich hab gerade das runtergeklickt. Das hast du jetzt mit Absicht gesagt. Was denn? Ich hab vergessen. Was willst du? Ich kloßdurm. Was du wollen? Was du wollen? Nix von dir. Das ist gut. So, äh, eins, zwei, drei, vier. Wollen wir den gleich machen? Zwei, drei. Jaja, wir machen jetzt auch gleich Feierabend. Ich hatte eigentlich verdammt. Nee. Pause, schuldigung. Fünf. Eins, zwei, drei. Nee. Drei, vier, fünf. Eins, zwei. Hab ich mich hier verzählt? Nee, hab ich nicht. Eins, zwei, drei. Vier, fünf. Eins, zwei, drei. Vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Fünf. Eins, zwei, drei, vier. Und dann, genau. Dann kämen die Fünfe da. Die lassen wir aber frei, oder? Aber eigentlich, warum nicht? Nein, nein. Keine Ahnung. Weil du es gerade saß. Das haben wir ja nicht. Eins, zwei, drei, vier. Na, fünf wäre aber draußen, ne? Warum ist ein Beruf? Naja. So, mein Baubüro habe ich halbfix fertig. Noch nicht ganz so. Zwei, drei, vier. Mein Haus sieht schon mal relativ okay aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier. Fünf. Das müssten wir nicht reichen, 6 Kronos tun, oder? Warte mal. Mach! Zwei, drei, vier. Kommt hier nochmal Bruchstein hin. Geil. Das sieht irgendwie genauso. Ich nehme jetzt noch Slaps. So sieht das gut aus. So gefällt es mir. So muss ich weg jetzt hier. Und dann kommen wir jetzt mal zum Feierabend, weil wir haben schon wieder 0 Uhr 6. Und die Fadie muss morgen noch ja, renn, renn, renn telefonieren Yes Sieht aber geil aus Das ist so poem Schauen wir uns aber im nächsten Mal an bei der nächsten Aufclases Renne, 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 renne Renne, 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 renne Renne, 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 renn renne, renne Rindre, rennen Dü-dü Außerdem bin ich eh schon in Überlänge 20 Minuten folgen wird das, und 27 Minuten sind die schon wieder. Also hier, ne, das ist ja hier Das geht ja mal gar nicht Boah, Alter, guck mal was, wie ein Eisen da rausgeholt haben aus der Höhle. Wir sind doch nicht mal durch mit der Höhle. Gut, Freunde, vielen lieben Dank fürs, äh, dabei sein und fürs Zuschauen Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn ihr denn wollt, und wenn nicht, dann habt ihr Pech gehabt. Dann müsst ihr halt gucken. Nein. Auf keinen Fall. Auf jeden Fall vielen Dank und, tschüss. Tschüss. Sie ist vorhin alles, tschau.